Wie verbessern wir die Nachhaltigkeit? Die Landschaft ist auf immer bessere Pflanzenschutzmittel angewiesen, um ihre Kulturen auch in Zukunft schützen zu können. Im Forschungsprozess wird die Sicherheit von Pflanzenschutzmitteln grossgeschrieben. Laufend werden Wirkstoffe verbessert, andere ersetzt. Alle Wirkstoffe durchlaufen ein intensives Auswahl- und Testverfahren, vom Entwicklungslabor bis zum Freilandversuch. Getestet werden unter anderem Wirksamkeit, Pflanzenverträglichkeit und Beeinträchtigung von Mensch, Tier und Umwelt. Von rund 160'000 getesteten Substanzen erhält in der Regel nur eine die Genehmigung zum Einsatz als Wirkstoff im Pflanzenschutz. Sicherheits- und Umweltüberlegungen begleiten den ganzen Forschungsprozess. Rund ein Drittel der Entwicklungszeit von 8 bis 12 Jahren und ein Drittel der Entwicklungskosten von etwa 260 Millionen Franken werden nur für Sicherheits- und Zulassungsstudien aufgewendet. Rund ein Drittel der Entwicklungszeit von 8 bis 12 Jahren Rund ein Drittel der Entwicklungszeit von 8 bis 12 Jahren und ein Drittel der Entwicklungszeit von 9 starten. Untertitelung des ZDF, 2020